Willkommen bei Division, mein Name ist Manner und ich zeige euch heute ein weiteres Set. Heute haben wir ein sehr interessantes Set und zwar das klassifizierte Ruf der Wache-Set. In der PvP-Variante, es macht richtig Spaß, dieses Set so zu spielen. Ich würde vielleicht noch empfehlen, einen Supporter dabei zu haben, gerade für Heilung und für Scan. Ansonsten, man kann es auch Solo spielen, aber dann sollte man eine gewisse Art von Skill mitbringen, um einfach alleine gut zurecht zu kommen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ansonsten, Fragen ab damit in die Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wenn ihr wollt, dass ich ein Gameplay dazu mache, so ein 20-Kil oder mehr Gameplay, dann einfach mal den Like-Button ein bisschen klicken, damit ihr seht, dass ihr es sehen wollt. Ansonsten hoffe ich, es gefällt euch trotzdem und dann würde ich sagen, bis demnächst. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.